Bumm, Headshot. Als Sniper hast du's echt gut. Spannende Arbeit im Freien. Und verhungert ist noch keiner dabei. Es ist doch so, solange noch zwei Menschen übrig sind, wird's immer jemanden geben, der jemanden totziehen will. Nein, ich bin kein durchgeknallter Amokläufer, Dad. Ich bin Auftragskiller. Der Unterschied, das eine ist ein Beruf, das andere eine Krankheit. Um ganz ehrlich zu sein, meine Eltern finden's nicht so toll. Ich glaube, der hat mich gesehen. Oh ja, hat er. Gefühle? Weißt du, was für Typen jede Menge Gefühl haben? Kerle, die ihre Frau mit einem Golfschläger totprügeln. Profis kennen die Regel. Sei höflich. Sei effizient. Bring jeden um, auf den du triffst. Dad, Dad, hol bitte Mormanns Telefon. Dad, Dad, hol bitte Mormanns Telefon.